Ich begrüße den geneigten Zuschauer heute zur 69. Folge mit dieser Kiste voller schöner roter Äpfel und begrüße euch zur 69. Folge von The Last of Us Part Nr. 2. Wir sind im Resort. Wir haben in der letzten Folge einige Leute hier plattgemacht. Hat so ein bisschen Liegen-Style, weil die hier irgendwie Infizierte anketten. Und ja, wir sehen munitionsmäßig, sieht nicht so ganz doll aus. Bestandsaufnahme. Ja, könnte besser sein. Pillen. Fehlt uns immer noch eine. Alles klar, wir gehen weiter. So, da laden wir nach. So genau, weil hier, da hinten die zwei, die zappeln da, da haben sie zwei Klicker befestigt. Wie gesagt, das erinnert mich sehr stark an The Walking Dead, Negan. Im Sanctuary haben die das ja auch so gehandhabt. Und ich trau mich nicht, Leute. Gehen erstmal hier durch. Ich weiß halt auch wirklich nicht, ach Medikid, ob hier noch welche sind. Ich weiß es nicht. Deswegen müssen wir das einmal in dieser Körperhaltung hier machen, weil ich mir unsicher bin. Was war das für ein komisches? Ach, das war Reflection on the floor. Ach, es tut mir leid, dass ich jetzt nicht aufstehen mag. Aber... Stehen wir mal auf, Elli, damit wir mal ein bisschen schneller hier durchkommen. Oha. Oha. Ach, da ist viel Stuff. Schlecht. Obwohl, geht. Ist gemein. Ich wollte nämlich gerade in die Herstellung gehen. Ich habe nämlich viel Stuff gefunden. Und dann kommen sie hier und hier. Schon wieder an. Was ist denn das? Rauchbombe. Ach, komm, wir machen mal eine Rauchbombe. Die kann man werfen. Vielleicht hilft mir das gleich irgendwann mal. Ich hoffe es... Ich trau mich nicht weiter. Mein Ton. Bist du noch da? Mein Ton. Noch viel wichtiger. Ich habe gar keine Stoppuhr angemacht. Ich weiß ja gar nicht, wie weit ich jetzt hier bin. Ah, sorry. Ja. Gehen wir weiter oder bleiben wir hier? Ich bewege mich mal. Vielleicht kommt da noch jemand. Ach, wie gemein. Wir machen die hier immer alle. Ach, voll. Ach, da hinten liegt auch noch was. Ich bin angespannt. Es tut mir leid. Ich bin... Ach, nochmal. Ne, wir warten noch ein bisschen. Vielleicht finden wir noch was anderes. Ach, ja, wir müssen die Treppen hoch. Ganz offensichtlich. Aber ich trau mich nicht, wenn ich ein feiges Stück bin. Ich denke, das ist so ein bisschen... Ich bin... Aber ich gehe erstmal hier lang. Es tut mir leid, dass ich auch so leise bin, aber ich bin echt super angespannt. Es nimmt jetzt hier zum Ende nochmal richtig an Fahrt auf. Ein Zettel. Hier, ich werde jetzt überfallen. Jenny, ich schicke euch etwas Fleisch, Grapefruit und Kartoffeln, die ich gerade bekommen habe. Sie waren beeindruckt davon, wie viele Streuner ich geschnappt habe und sie wollten mich belohnen. Wir haben die beste Ernte, seit wir uns hier niedergelassen haben. Bitte sorgt dafür, dass meine Mutter die fertigen Stücke bekommt. Sie hat neulich viel zu dünn ausgesehen. Pat. Okay. Pat. Komischer Name. Alles voll. Hier für die kleinen Waffen. Basie. Ach, ich behalte aber meine Axt. Ich axt euch. So, er hat auch noch Luni. Sie können auch schon wieder was herstellen. Sorry Leute, sorry Leute. Wir schaffen das heute noch. Wir kommen hier auf jeden Fall hoffentlich heute noch durch, wenn ich den Mut dazu finde. Da unten hängen sie. Da. Da haben sie die an Ketten gelegt. Und in der letzten Folge habe ich auch einen, das war ein Runner, den habe ich dann schön ran gesneakt, habe den losgelassen und er ist losgerannt und hat sie alle platt gemacht. Sehr effektiv. Schön. 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 So. Das war der obere Teil dieses Gebäudes. Aber ich glaube. Was machen wir jetzt? Auch ein Molli. Ach, da muss ich ja doch runter. Ich dachte, ich muss hier durchs Haus irgendwie irgendwo hin. Aber dann müssen wir da rüber. Das ist auch eine Tür. Was ging denn hier? Ja, ja, das hier, aber... Das würde ich noch nicht machen. Boah, traue ich mich, dass sie rüber zu hüpfen? Meint ihr nicht, dass sie dann direkt da aus der Tür kommen? Das tut mir leid. Ihr wollt mir jetzt sehen, dass hier keiner ist? Lauschmodus, was ist los? Ich bin noch im selben Gebäude. Okay. Okay, dann müssen wir da rüber. Sorry, ich habe es irgendwie gerade nicht gecheckt. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Bestimmt ist der Fluch der Streuner. Scheiße. Ausschwärmen. Bewacht den Turm. Not die Schuss. Die sind drin. Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Es rüber. Was ist passiert? Ich bin dran! Ich bin dran! Keine Moni! Ich bin so am Zittern gerade! Ich mach dich fertig! Ah! Oh Gott! Ah! Ah! Oh Gott! Bravo! Ah! Ah! Elie! Ah! 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 英fe! Elli, bitte! Es ist... Wir sind so gut dabei! Komm schon! Wieso stehst du immer noch? Mann! Oh, no! Auf geht's! Ich weiß, dass du da bist! Wie alt war das denn? Da bin ich doch mal halt, du! Boah! Ich kann es nicht glauben! Boah, Leute! Ich habe Herzrasen gerade. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin gerade so angespannt, am Zittern. Mein Herz schlägt. Ich bin... Ich kann... Ich möchte nicht mehr. Es waren aber auch viele, ja? Wir sehen es hier. Die liegen hier alle wieder an einer Stelle. Wie viele sind das denn hier? Wie lange soll das denn hier noch gehen? Ich kann nicht mehr. Ich will auch langsam nicht mehr. Die machen mich fertig hier. Wo komme ich denn jetzt eigentlich her? Von da, ne? Wieso, Elli? Wieso hast du es dir jetzt zur Aufgabe gemacht, die hier alle platt zu machen, nur um Abby zu erwischen? Wieso? Okay. Auf jeden Fall Pfeile. Hier liegt noch was. Da liegt noch was auf dem Tisch. Ein Schnäpschen. Das nehmen wir. Das brauchen wir. Herstellung! Ja, auf jeden. Steht völlig außer Frage. Wir machen natürlich ein Medikit. Ne, Moment. Ich mache dich da hin. Dich da hin. Dann kann ich nämlich gleich auf Pfeil und Bogen wechseln. War das auch schön leise. Dieses Licht melendet mich so krass, dass ich nicht sehe, wo lang. Ich muss kurz husten. Alles klar. Sind wir bereit? Also ich nicht. Ich erkenne es hier nicht. Geht es hier auch noch weiter? Ne. Dann hier ums Eck. Alles ruhig hier unten. Ach, Leute. Okay, bevor wir durch diese Tür gehen. Einmal safe, Midi. Einmal. Ja doch, wir bleiben auf dem Schrot. Okay, Leute. Seid ihr bereit? Ich bin es nicht. Wir gehen trotzdem. Ich bin es nicht. Wo ist meine Stoppuhr? Ha. Wow. Dann sitzt jemand. Ja. Ach hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Ellie. Oh nein. Was ist hier los? Okay, los. Auf geht's. Hey, wo? Wo ist Abby? Sie hat einen Biss. Zurück. Hey, richte das verdammte Ding nicht auf mich. Hey, 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 hey. Abby wollte abhauen. Sie ist bei den Säulen. Den Säulen? Geh runter zum Strand. Nicht zu übersehen. Sie ist bestimmt schon tot. Na los. Gott, Eddie, du siehst aus wie Rick in jeder dritten Folge von The Walking Dead. Ehrlich. Und ich habe mich gerade mal ganz kurz gefreut, weil ich dachte, ach guck mal die ganzen Dudes. Ich rette sie und wir gehen alle gemeinsam raus und machen alles platt. Ne. Ich kann nicht schneller gehen. Ich kann auch kein Waffenrad, nichts machen. Oh Gott. Ich traue mich nicht. Ja, die kämpfen jetzt da. Ich mische mich da jetzt nicht ein. Wir gehen zum Beach. Ha, Ellie. Mein armes Kind. Scheiße. Ja. Was machen wir hier, Ellie? Was machen wir hier? Ich gehe jetzt zum Strand. Oh Gott. Vor allem ist es jetzt aber auch schnell dunkel geworden. Ich kann kein Waffenrad, ich kann nichts auswählen, Leute. Ich renne hier einfach so durch. Ich kann ein bisschen den Jogger machen. Das soll mal ein bisschen schneller vorankommen. Aber. Aber. Da sitzt ein Vogel auf dem. Sie knabbert den an. Oh Gott. Oh Gott. Wie creepy ist das denn? Hier. Ellie, hast du gerade nach Abby gerufen? Ist das dein Scheißernst? Ich dachte, wir snicken uns hierhin. Und du schreist hier. Oh Gott. Wie furchtbar. Ja. Kann ich da nicht hoch? Bitte. Du bist das. Ist das Abby? Nein, das ist nicht Abby. Die hat doch keine kurzen Haare. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich bin so. Ich bin so. Erwie? Ich helfe dir. Ich helfe dir. Ich wollte alles, es ist nicht Erwie. Nehmen Worte. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Ich check es gerade nicht. Das ist doch nicht Erwie. Ich meine, wenn man lange Haare hat und dann kurze Haare hat, man sieht anders aus. Es gibt ja Menschen, die ein Face haben, die alles tragen können und immer anders aussehen. Beste Modell-Voraussetzung, by the way. Aber das ist doch jetzt hier irgendein random person, oder nicht? Wieso kann ich nicht schneller gehen? Ich habe keine Geduld dafür. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand. Pauli! Uff! Komm her! Komm her! Now! Was? Ich check's alles nicht. Ach, Pauli. Was für ein Kampf. Ich kann dich nicht gehen lassen. Ist das Abby? Leute, ist das Abby? Ich erkenne sie gerade nicht. Soll das wirklich Abby sein? Und Lev? Bin ich so dumm gerade? Ich check's nicht. Wir lassen es einfach mal laufen, Leute. Aber irgendwie ... Ich mach da nicht mit. Doch. Das ist Abby. Nein. Ich kämpfe nicht gegen dich. Doch, das wirst du. Ja. Oh Gott, ich kann nicht. Joel. Komm her. Ah! Nein. Halt ihn da raus. Ich glaub, es ist Ende hier. Die hat auch krass abgenommen. Aber die sind auch schon ein paar Monate dann da. Wenn ich das richtig verstanden habe. Oh nein. Ich glaub, es ist, Leute, es ist der Final Kampf jetzt. Es ist der Final Kampf. Äh, ich mach aber nix. Oh Gott, ich muss vier ecken. Honey, wait. Is it ready? Okay, okay. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Ich kann sowas. Ich kann nicht sowas. Mir ist das zu brutal. Komm, Ellie, lass es gehen. Lass uns doch einfach happy sein, dass wir jetzt da raus sind. Oh Gott, Leute. Ich kann sowas. Ich bin dafür zu zart geseitet. Aber ich glaub, wir sterben auch gerade. Weil Ellie uns richtig auf die Fresse haut. Weil Ellie uns richtig auf die Fresse haut. Oh Gott. Ich kann sowas nicht. Das ist so brutal. Wirklich. Ich hab jetzt auch kein Messer mehr. Ich hab jetzt auch kein Messer mehr. Ich drücke L2, Ellie. Warum zur Hölle weichst du nicht aus? Ich drücke L2, Ellie. Warum zur Hölle weichst du nicht aus? Oh Gott. Wow, Leute. Faul, ich brauch dich. Ich glaub nicht gerechnet, dass es direkt losgeht. Das ist alles klar. Alles klar? Bitte. Bitte, wie lange soll das hier gehen? Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ach, das Boot stört mich. Oh Gott. Oh Gott. Oh, es ist furchtbar. Grausam. Aber sie hat es verdient. Sie hat unser Joel ganz übel, brutal auch umgebracht. Ach, da ist er. Boah, es ist brutal, Leute. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Geh. Ich bin einfach. Boah, ich heule gleich, Leute. Ich weiß nicht warum. Boah, ich heule gleich, Leute. Ich weiß nicht warum. Au Gigt. Tja! Saw her. Gott, wohin soll es. Ich weiß nicht warum. Aber ... Ja, ich sag ja, so richtig rohe Gewalt, so mit Fäusten, bis auf den Tod, ey, ich kann sowas nicht sehen, ich kann sowas nicht, ich hab einmal in meinem Leben Fight Club gesehen, der mit Brad Pitt, wo die sich ja freiwillig irgendwie da auf die, aber gut. Back home. Aber ganz ehrlich, Elli, jetzt hast du sie doch gehen lassen, da hätten wir uns da doch alles schenken können, jetzt mal im Ernst. Da hätten wir ja schon vorher hier beim ersten Mal bei der Fahnen irgendwie Schluss haben können, aber nein. Oh Gott, Dina, ich bin zu Hause, ist Essen fertig. Mann, 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 was für eine Story, Leute. Alles leer? Wo ist Dina? Und JJ? Ja, ich meine, wir haben die auch einfach zurückgelassen, ne? Wir haben gesagt, hier, wir gehen jetzt. Aber, ja, wie lange waren wir denn jetzt unterwegs? Was war denn das jetzt für eine Zeitspanne? Als wir diesen Rattler da überfallen haben, oder als die uns überfallen haben, sagte er, ne, dass die schon ein paar Monate da ist. Also, Abby in Gefangenschaft. Und die sah auch sehr dünn aus, finde ich. Die Haare fehlten ihr. Boah, wie viel Zeit mag vergangen sein? Drei Monate, vier Monate, ich habe wirklich keine Idee. Ich hoffe, das klärt sich jetzt hier noch. Wir müssen eigentlich einen Schnitt machen, aber ich glaube, wir sind jetzt hier endlich mal am Ende angekommen. Dieses Spiels, dieses wunderschönen Spiels. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Wer Fan von sowas ist, that's my game, ne? Einfach schön gemacht. Tolle Story. Tolle Grafik. Ich bin so Fan. Ich freue mich schon auf die zweite Staffel, wenn sie dann... Oh, ihr Zimmer ist noch da. Ich freue mich schon, wenn die zweite Staffel dann auch in Serie geht. Geplant ist es. Oder die wollen dieses Jahr 24 mit den Dreharbeiten starten. Ich denke mal 25, 26, Frühling vielleicht. Unsere Gitarre, die wir von unserem Joel haben. Ach ja. Mann, Mann, Mann. Aber es schreit ja förmlich nach dem dritten Teil eigentlich, ne? Wenn Abby überlebt. Aber das kann ja nicht nochmal die Story von Part 3 sein, dass die sich hier wieder ganz auf die Fresse hauen. Ach, Fauli. Ach, wir müssen ran. Okay. Oh Gott, dir fehlen ja jetzt zwei Finger. Oh Gott. Oh Gott. Das ist jetzt... Na, ciao. Ciao, ciao, ciao. Hey. Ich muss lauter machen. Was trinkst du da? Kaffee. Woher hast du denn? Äh, von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Ach. Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber... Ist nicht schlecht. Die Tasse kann man kaufen. Hm. Natürlich. Ich will einfach sowas zu haben, ne? So Merch und so. Immerher damit. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse wegen Männerpatrouillieren fertig zu machen. Okay. Ist das das letzte Gespräch zwischen Ellie und Joel? Quasi. Dina. Seid ihr zwei ein Paar? Nein. Nein. Nein, sie... Das war nur ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat... Weiß ich, warum sie das gemacht hat. Aber du magst sie. Wie süß. Sie hat das? Like ein... Father-Daughter Gespräch. Über Jungs. Nur in dem Fall über Mädchen. Pass auf. Ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber... sie könnte sich sehr glücklich schätzen, dich zu haben. Ich weine gleich schon nicht da. Warum? Du bist so ein Arschloch. Ich bin so emotional. Ich versuche gar nicht. Ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt. Aber das hast du mir genommen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hätte es auch gemacht. Wenn ich von Gott eine zweite Chance für diesen Moment bekäme, würde ich es wieder genauso tun. Ja, ich auch. Ich bin voll das Opfer, Leute. Aber ich... Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann. Du musst, ich... Aber ich würde es gern versuchen. Das wäre schön. Er ist dein Daddy, Ellie. Er ist dein Papa. Dein Ziehpapa. Okay. Ja. Liebt euch. Ihr seid eine Family. Man sieht sich. So habt ihr euch verabschiedet. Das ist bitter. Ach, Joel. Okay, war ein Flashback. Natürlich war es ein Flashback. Ein emotionaler Flashback. Ich bin aber auch wirklich ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Also mich packen immer schnell Sachen. Ich bin immer schnell zu drehen. Gerührt auch. Auch vor Freude, vor Trauer. Ich kann das immer sehr schnell, sehr gut. Und... Ich bin Tatschi. So was mit Dina. Wo ist JJ? Ich will JJ sehen. Der ist doch jetzt bestimmt auch schon ein bisschen größer geworden. Oh Gott, es sieht nach einem Endscreen aus, wenn ihr mich fragt. Bis Ende? Ich möchte aber wissen, was mit Dina ist und wo JJ ist. Und wie es denen geht, wie es Tommi geht. Elli, wo gehst du hin? Ich glaube, that's it. Das war's, Leute. Wir sind durch. Ja. Das war's. Wow. Endlich habe ich es geschafft, dieses Spiel durchzuspielen. Endlich weiß ich, wie dieses Spiel endet. Ich bin sehr mitgenommen gerade, muss ich sagen. Es schreit nach dem dritten Teil. Aber ich wüsste jetzt nicht, was man da storymäßig machen sollte für den dritten Teil. Außer, dass man halt Amy und den Lev dann nochmal zeigt, was aus denen geworden ist. Aber so rachemäßig können wir da ja jetzt nichts mehr starten. Wow. Wir müssen einmal, ich darf einmal in die Statistik gucken. Ich habe jetzt heute zwei Folgen aufgenommen. Also ich glaube, wir sind insgesamt, sind wir glaube ich, 137 Mal gestorben. Und davon alleine zwölf Mal in Folge 49. Das war unser Sternenrekord. Und wir haben alles dabei. Wir sind verbrannt, wir sind ertrunken, erschossen, erdrosselt. Mit uns wurde alles gemacht. Wir haben es geschafft. So wirklich Rache haben wir jetzt nicht genommen, weil Abby lebt noch. Ja, dann bleibt mir einfach nichts dazu zu sagen. Außer an alle, die immer eingeschaltet haben und kommentiert haben, mich supportet haben. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, wir sehen uns hier irgendwann mal wieder. Ich kann auch nicht mit Sicherheit sagen, ob es hier weitergeht mit diesem Channel tatsächlich. Vielleicht starten wir nochmal was hier auf dem Channel. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich möchte mir das offen lassen. Ja, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Das war's. Einschalten ist. Weil Stefan lebt. Blech. Blech. Tcha, Tcha, Tcha. Tcha, Tcha. Tcha, Tcha. Ja, oder? Jordan. Vielen Dank.